Hey hohe Leute und herzlich willkommen. Ich wollte mal nur so wieder einen kleinen Vlog machen, nämlich bin ich morgen ab Freitag auf der Gamescom, ohne die kleine Chili natürlich, die muss zu Hause bleiben, aber ich gehe mit einem Real Life Kollegen hin und mit dem Asking Alex fahre ich mit dem Zug, ob ich mit dem da weiter rumdümpel, weiß ich nicht. Auf jeden Fall könnt ihr mich dort antreffen, wenn ihr Bock habt, wenn ihr mich überhaupt erkennen wollt oder ja, ich habe nämlich hier zwei verschiedene Requisiten, sage ich einfach mal, wo man mich erkennen kann. Letztes Jahr auf der Gamescom gab es so eine Aktion, da hat man solche Samsung Hüte verteilt, nein, tschede, nein, und den habe ich modifiziert und habe meinen Schriftzug drauf gepackt. Daran könnt ihr mich erkennen, wenn ich ihn aufhabe, wenn ich mal keine Bock habe, weil es zu warm ist und ich den aufhabe, dann habt ihr natürlich Pech gehabt, dann gibt es noch die zweite Möglichkeit, ich habe ein T-Shirt an, also nicht dieses hier, sondern so ein schwarzes mit vorne so einem Gamescom-Muster drauf und hinten drauf steht einfach mein Name, B-A-A-S-T-I und ja, da könnt ihr dann natürlich mich dran erkennen, falls ihr mich irgendwie was fragen wollt oder so. Es haben mich einige nach einem Fantreffen gefragt, also was so Eigenes habe ich nicht geplant, aber es sind mehrere Fantreffen anscheinend und eins weiß ich, dass es Samstag um 16 Uhr ist hinter Halle 8 und da werde ich höchstwahrscheinlich sein. Und ja, da bin ich einfach mal hinter Halle 8, äh, mit Veni und Austria laufe ich da auf jeden Fall rum und eben meinem Real-Life-Kollegen, die Chili muss leider daheim bleiben, oh, die würde ich so gern mitnehmen. Und dann, ähm, ja, gibt es noch die Möglichkeit, mich einfach so anzusprechen, falls ihr Interesse habt, da folgt ihr mir einfach auf Facebook oder auf Twitter, da poste ich dann einfach was, ich habe ja auch so Smartphone-Handy gedöhnt, das liegt gerade da oben, äh, das ist mein Hochbett übrigens, äh, das ist einfach nur, äh, also nicht mein richtiges Bett, aber halt so mein altes Kinderzimmer und so. Auf jeden Fall, wer Interesse hat, der kann da natürlich folgen und ich würde dann einfach mal sagen, das war's, ähm, bis zum nächsten Mal, euer Basti, tschau, aufnahmestopp!